Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück hier in unserem Restaurant. Opa la. Ich glaube, ich würde hier die Lautstärke aber eher auf niedrig machen. Man will das ja im Restaurant eher als Hintergrunduntermalung. Und ich glaube... Ja, ich glaube, wir nehmen nur eine Berieselung. So, wir müssen mal gucken. Ihr habt mir geschrieben, dass... Ja, mit einer Dreierbewertung haben sie abgeschlossen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Mir wurde geschrieben, dass wenn jemand schlechtes Essen geliefert bekommen hat, dass wir dann was anbieten sollen. Zum Beispiel einen kostenlosen Nachtisch. Hier, genau. Gratis-Dessert servieren. Oh, 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 oh. Spuck mir nicht aufs Sofa. Hey. Oh, da waren wir zu langsam. Okay, das hat uns jetzt wieder etwas runtergezogen. Wir haben aktuell sechs Bewertungen mit anderthalb Sternen. Ausgezeichnet das Aviente. Ach, gucke mal da. Okay. Wann kommen denn die Nächsten? Warte mal, kann ich das hier bitte... Ist es jetzt weg? Ja, ist es weg. Ah, da ist eine neue Kundin. Genau, Cleo, geh du mal gerade ins Bad. So. Oh. Ja, wir müssen die gute Susan auf jeden Fall mal fortbilden. So, Management begrüßen. Hier auch noch. So. Wir versuchen mal, uns ein bisschen beliebt zu machen. Der erste Eindruck zählt ja oft schon einiges. Ah. Ehe. So, die werden jetzt zum Tisch geführt. Susan verwalten. Überprüft die mal ein bisschen. Hauptsache, ich habe irgendeinen Job. Das ist, was mich motiviert. Oh je. Gut, sie sitzt hier. Management, Tisch überprüfen. Gucken wir mal, ob da alles in Ordnung ist. Die andere steht noch da. Die wird jetzt gleich erst zugewiesen. So, ist alles zu ihrer Zufriedenheit? Sehr schön. Ich habe da so einen Spaß gerade dran. Ich möchte schon mal einen guten Hunger wünschen. Für Empfehlungen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Ha. Wir haben sie noch nicht begrüßt. Hoffentlich nerven wir sie nicht, wenn wir ihr hier ein drittes Ohr an den Kopf labern. Oh je. Ah, so, da kommen dann noch mehr. Auch hier würde ich sagen, wir prüfen den Tisch. Was können wir denn hier für Vorteilspunkte einlösen? Was wir kaufen könnten, wären neugierige Gäste. Was ist das denn? Gäste bitten das Management ab und an um eine Empfehlung. Und die Sozialaktion Gericht empfehlen wird freigeschaltet. Okay. Okay, okay. Da kann man da natürlich die einfacheren Gerichte sehr gut vorschlagen. Ich würde aber sagen, das lassen wir erstmal noch. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was uns das bringen würde. Die müssen wir definitiv weiterbilden. Das Problem ist, wenn wir jetzt eine Schulung bezahlen. Wie lange ist sie denn dann weg? Schwierig. So, hier, wir haben auf jeden Fall reichlich Gäste. Das definitiv. Die begrüßen wir auch noch und überprüfen auch den Tisch. Das ist alles, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut ankommt. Außerdem kriegen wir dafür Punkte. Sie möchte was zu trinken haben. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Bestellung priorisieren. So, damit sie schnell hier... Damit sie schnell ihr Essen bekommt und nicht dursten muss. Ich würde ihr gerne was zu trinken bringen, aber das kann ich leider nicht. Und warum sitzt sie nicht mehr an einem Tisch? Ach so, ach, die gehören zusammen. Ah. Okay. Okay, die danzen hier ab. Die haben auf jeden Fall Spaß. Oh, guck mal hier, sogar vier Sterne. Also, er scheint sich ja wohl zu fühlen. Dann priorisieren wir mal noch hier die Bestellung. Damit alle zufrieden sind. Ah, ich mag das. Ich mag das unheimlich gerne. Ja, die sind zufrieden hier. So macht man das. Aber wir geben gerade relativ viel Geld aus. So, jetzt kommt das Essen. Für diesen Tisch hier hinten, wo die Dame nicht mehr sitzt. Was gibt es? Es gibt einen mit... Einen Gartensalat mit der Qualität normal. Okay. Ein Nickerchen machen. Oh je, so fertig bist du. Wir bräuchten immer noch eine Kaffeemaschine. Kann sie sich nicht auch selber mal eben was zu kochen, äh, zu essen machen? Oh, was ist das denn? Hm. Hier, trink mal ein Glas Milch. Wie sieht's bei den beiden aus? Was haben wir hier? Qualität normal, Qualität normal. Also, es ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr ganz schlecht. Seit wir die ganzen Speisen rausgenommen haben mit höherer Schwierigkeit. So, ich werde das hier mal ganz kurz etwas beschleunigen. So, acht Bewertungen haben wir erhalten. Sie möchte gerne zahlen. Komm hier, wir können nochmal ein gratis Getränk servieren. So, das macht nochmal mehr. Eine Runde für den ganzen Tisch. Uh, ja gucke mal. So schnell verbessert sich das. Aber ich würde sagen, wenn die letzten weg sind, dann machen wir hier zu. Wir bezahlen auf eine kurze Schulung. So, weil eine Schulung ist hier definitiv vonnöten. Danke, ich weiß deine Investitionen in meine Zukunft zu schätzen. Ich werde an einem nächsten freien Arbeitstag am Unterricht teilnehmen. Ach so. Ah, das ist ja cool. Aha. So, hier begrüßen wir auch nochmal. So, die scheinen wirklich recht zufrieden zu sein. Hey, wir haben auf jeden Fall Gewinn gemacht. Immerhin. Oh je. Ach komm, ja dann... Dann... Dann ruhe dich erst mal. So, hier bekommen sie noch die Getränke. Leider jetzt auch nur eine normale Qualität, aber das sollte eigentlich reichen. Okay. So. Wir bräuchten hier echt mal so ein bisschen Wachmacher. Was haben sie? Ich wünsche, der Service wäre besser. Okay. Ähm... Hier. Tim verwalten. Kritisieren. Aber auch bei ihm bezahlen wir mal für eine Schulung. Genauso wie wir bei ihr für eine Schulung bezahlen. Hey, Bewertung gestiegen. Zwei von fünf Sterne nach zehn Bewertungen. Es ist doch gar nicht so schlecht. So, hier. Jetzt kümmere dich mal eben drum. Wie sieht's hier aus mit dem Essen? Normale Qualität? Normale Qualität. Okay. Oh. So, das ist mir lieber so. So. Damit alle hier mal ein bisschen, ähm... Damit hier alle ein bisschen besser werden in ihrem Bereich. Wir überprüfen hier mal den Tisch. Hören nach, ob alles in Ordnung ist. Ob es zur Zufriedenheit ist. Scheint gut zu sein. So. Und hier ploppen jetzt zwei, drei heraus. Gut, dann würde ich aber sagen, schließen wir jetzt für heute. Wir haben ein Nettogewinn von 191 Simulians nur erwirtschaftet. Na, super. Oh je. Zutaten, Kosten, Verkauf, Speisen, Umsatz. Ei, 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 ei. Ja gut. Und, ähm, persönlicher Touch bekommt eine sehr gute Note. Du führst das Restaurant wirklich hervorragend. Pflege weiter den persönlichen Kontakt zu deinen Gästen. Das müssen wir definitiv mit Cleo weitermachen. Ähm, Essensqualität ist noch nicht so gut. Und Service genauso wenig. Aber sie haben sich alle verbessert. Fähigkeiten Verbesserung mixen Level 2. Feinschmecker kochen Level 2. Dann haben wir hier Charisma Level 2 und Fitness Level 2. Und bei ihr Comedy Level 4 und Charisma Level 3. Also Charlotte ist definitiv unser bester Mitarbeiter. Ja, können wir uns echt nicht beschweren. Das war doch eigentlich ein recht erfolgreicher Tag. Das Restaurant hat für heute geschlossen. Und wir gehen mit Cleo erstmal wieder nach Hause. Ist sie gerade ab durch die Hecke? Auch interessant. Ja, das war doch gar nicht so ein schlechter Tag. Dafür, dass wir am Anfang ziemlich viel verbockt haben, haben wir eine Zwei-Sterne-Bewertung und immerhin knapp 200 Simoleons Gewinn gemacht. Es ist nicht viel. Aber dafür, dass es eigentlich ganz spaßig zu machen ist, finde ich es eigentlich in Ordnung. Und ich meine, wir werden ja jetzt nicht jeden Tag dahin gehen. Wir werden das immer mal wieder machen. Ansonsten wird es auch schnell langweilig, würde ich sagen. Ich bin jetzt am Anfang, bin ich tatsächlich so ein bisschen, ich brenne jetzt darauf, das mit dem Restaurant ein bisschen schneller voranzutreiben und die Leistung etwas schneller zu verbessern. Deswegen werden wir jetzt am Anfang wahrscheinlich tatsächlich noch ein bisschen häufiger dort aufkreuzen, wollte ich sagen. Aber das wird sich mit der Zeit dann auch wieder ein bisschen reduzieren. So, ja, Cleo muss jetzt... Oh ja, 630 Vorteilspunkt, das ist natürlich ganz schick. Haben wir hier was zu essen? Ja, Cleo muss dringend was essen. Wie geht es denn im Rest? Der Rest ist noch sowas von fit. Wie sieht es aus bei den Jungs? Habt ihr... Er rutscht auf der Wasserrutsche herum. Hat er schon Hausaufgaben? Ja, die muss er noch machen. Aiden müsste seine eigentlich auch noch machen, oder? Die könnt ihr doch eigentlich hier zusammen am Tisch machen, oder? Wo geht er jetzt hin? Nee, er macht jetzt da hinten, unser Aiden. So, dann macht ihr doch hier zusammen. Dann könnt ihr ein bisschen quatschen, euch ein bisschen austauschen. Zu zweit geht das Ganze doch gleich viel schneller. Ah. Wie kratzt er sich denn am Kopf? Autsch, Aiden, das tut doch weh. Ihr seht übrigens, das Badeoutfit, das habe ich noch angepasst. Und ihr habt natürlich völlig recht. Ich wollte doch für Cleo mal noch das ein oder andere Outfit anpassen. Das stimmt. Tenova, das will ich nämlich jetzt gerne noch machen. Hier, einmal das Aussehen ändern. Oh je, Cleo ist total fertig. Sie will einfach nur noch schlafen. Ja, das hat sie sich auch verdient. Sie hat einen recht harten Arbeitstag hinter sich. Graschi, Japan, see a score. Graschi, Japan, see a score. So, was nehmen wir denn hier mal? Ist das auch ultra süß? Das möchte ich definitiv behalten. Das Kleid. Ich weiß noch nicht, vielleicht nehmen wir da mal was anderes. Das ist eigentlich ganz schön fürs Restaurant. Das hier würde ich ändern. Das ist jetzt nicht unbedingt Restaurant-mäßig. Genauso wenig wie das hier. Es ist süß, aber das ist im Restaurant nicht so gut. Gut, das Kleid könnten wir lassen. Gut, ich wollte ja auch nicht unbedingt rein, nur Sachen, die restaurantechnisch hier sind. Ach, das ist so ein Pullover. Den könnte man auch ganz gut nehmen. So, ich werde jetzt mal gerade filtern nach Gartenspaß. Weil da waren ein paar schöne Sachen bei. Das hier zum Beispiel finde ich bei Cleo sehr passend. Das hier, ja, das hatte ich nämlich in der Vorschau gar nicht gezeigt. Ich hatte gedacht, das ist nur so ein einfaches Top. Ja, das hier wäre vielleicht für Cleo eine Idee. Das ist halt nur die Frage vielleicht so in dem Weiß. Die kurze Hose dazu ist natürlich auch unheimlich süß. Hose ist auch schön, aber das Weiß kann sie auch ins Restaurant mal tragen. Ähm, nein. Ein ganz klares Nein. Was haben wir denn da vielleicht in schwarzen Hosen? Das ist so eine ganz kurze Trainingshose. Die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Warum habe ich die denn noch nie genommen? Ja. So was wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Wobei das jetzt, das ist vielleicht auch noch ein bisschen zu... Obwohl, das ist eigentlich schon, das ist eigentlich schon ganz schön. So, was hatten wir hier noch bei den... Bei den Komplett-Outfits. Ja, da ist das bei. Das ist unheimlich knuffig. Aber eher weniger was, um damit auch mal irgendwie arbeiten zu gehen. Ansonsten sehr süß. Nein, da würde ich... Was hätten wir denn da noch so zur Auswahl? Vielleicht diese Bluse in der schönen Farbe? Was könnte man da denn nehmen? Was wäre denn da geeignet? So was zum Beispiel... Ich würde... Ja, ich würde ein eher schlichteres Topgen im Hintergrund haben. Wenn kariert, dann in einem ganz hellen Ton. Dann eher so. Oder dieses hier. Das hier würde ich vielleicht tatsächlich nehmen. Da müssen wir nur noch gucken. Also die Mütze kommt erst mal weg. So, ich würde auch eine andere Frisur nehmen dazu. Das nicht, das hängt durch die Brille. Nein, das auch nicht. Es ist so ein bisschen Rockabilly fast. Es heißt Rockabilly, die haben meistens noch das Pony mehr geföhnt. Aber so in diese Richtung passt es so ein bisschen. Wow, das ist doch schön. Das ist doch auch eine hübsche Cleo. Cleo hat ja die Haare immer so mittellang gehabt. Was hätten wir sonst eventuell noch so? Nein, das ist nicht passend. Das finde ich jetzt auch nicht so gut. Nein, 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 nein. Ich möchte mir aber schon möglichst viele Haare anschauen, damit ich keine falsche Auswahl treffe. Nein, das auch nicht. Das ist so eine Standardfrisur. Das ist die Julia von Spinnweb Frisur. Beziehungsweise Bella Grusel heißt sie ja jetzt. Finde ich aber auch nicht schlecht für Cleo. Sieht halt sehr brav aus. Also dann wäre ich dann vielleicht doch eher noch für die andere. So, haben wir hier unten noch irgendwo irgendwas bei? Die Frisur ist ja auch voll süß. Die Frisur ist ja auch cool. Die hatte ich jetzt gesehen in der Sims-Gruppe im Übrigen. Und die ist voll cool, aber die backt leider ein bisschen mit der Brille. Schade, schade, schade. Die backt mit der Brille. Die hatte ich in der Sims-Gruppe gesehen. Dann hat mir die Datei jemand privat geschickt, weil die Seite ist nämlich leider nicht mehr aktiv, wo es die Frisur gab. Muss ich mal gucken, ob ich die euch auch mal irgendwie zur Verfügung stellen kann. Also ich glaube, ich würde diese Frisur nehmen. Die finde ich wirklich super. Die passt auch gut zu Cleo, finde ich. So, dann braucht man nur noch... Boah, es wird schon eine lange Folge. Dann brauchen wir nur noch eine schöne Hose, die dazu passt. Das ist ein bisschen zu... zu elegant. Oder einen schönen Rock. Ein schöner Rock ist auch immer gut. Äh... Ist vielleicht auch ein bisschen... Es ist an sich jetzt sehr schön, aber ich finde, dass die Bluse mit der Musterung der Hose... Das ist dann zu viel, weil die Bluse schon kariert ist. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist mir aber alles dann ein bisschen zu schick, muss ich ehrlich sagen. Das ist zu kurz. Ah, ich tue mich ja aber gerade schon so ein bisschen schwer. Hm. Vielleicht das hier mit anderen Schuhen. Die Hose, die muss ich... Müsste ich jetzt mal gerade gucken. Sehe ich das, wo ich die runtergeladen habe? Das sehe ich leider nicht mehr. Da kann ich mich leider nicht mehr daran erinnern. Die habe ich schon so lange. Da muss ich leider passen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Und, obala, und Schuhe dazu? Oje, hatte ich mir die schon reingezogen? Nee, ne? Ich hatte nämlich eben noch so richtig coole Schuhe runtergeladen. Die hatte ich auch auf der Facebook-Seite noch gepostet. So, ähm... Espadrilles waren das. Aber ich glaube, die würden auch durch die Hose so ein bisschen durchbacken. Hm, 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 hm. Nein. Die backen auch leicht durch. Nein. Die hier vielleicht. Nee, finde ich jetzt auch nicht so passend. Mensch, also hier kann man wirklich so, äh... So viel rumprobieren. Ich bin da immer unheimlich. Die hier wäre natürlich auch... Das ist die ganz schlichte Variante. Die passen gar nicht. Die gucken hinten extrem weit raus. Das geht auch gar nicht. Das ist mit den hohen Schuhen. Und lange Hose. Das ist immer so ein bisschen tricky. Da muss man gucken. Das funktioniert leider in den allerwenigsten Fällen. Ba, 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 ba... Haben wir da noch irgendwas? Nee. Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich bei diesen Pumps bleiben. Nehmen wir vielleicht rot, so als kleinen Farbtupfer. Ich glaube, wir bleiben bei der Farbe. Aber ich würde ganz gerne noch ein Armband verpassen. Armband finde ich jetzt hier nicht falsch. Oder ein Ring noch dazu. Hm, hm. Jetzt hatte ich sowieso gar nicht... Man sieht den Ring nicht. Warum sieht man den Ring nicht? Die Tasche sieht man auch nicht. Was ist da los? Ach, ich war bei den Ringen drin. Ich wollte ja bei den Armbändern gucken. Das hier ist doch ganz schick. Das ist nicht so. Hier so eine Uhr ist natürlich auch eine ganz coole Sache. Ah, dann bräuchte sie das Armband, aber auf der anderen Seite. Oder wir machen die Uhr auf die Seite. So eine leichte kleine goldene Uhr ist ja auch sehr süß. Da bin ich, glaube ich, sogar am ehesten für. Machen wir es so. So, so haben wir doch noch ein sehr schickes Outfit, womit sie auch im Restaurant rumlaufen kann. Ohne jetzt zu schick angezogen zu sein. Denn im Restaurant soll ja Alltagsleitung getragen werden. Gut, ihr Lieben, das war jetzt aber eine sehr lange Folge. Das war es für heute. Morgen kommt dann wieder eine Baufolge aus der Logia. Und mal schauen. Dann kommen vielleicht ein paar der Afrika-Objekte zum Einsatz, die ich mir noch runtergeladen habe. Die Links dazu findet ihr natürlich auch auf unserer ZEP Facebook-Seite. Schaut doch mal vorbei. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!